So, Braustand, äh, haben wir in der letzten Folge gesehen, ist weg. Dank meiner Dummheit, Alter. Jo, meine Kartoffelfreunde, was geht? Potato hier ist und so. Und jetzt, nehmt erstmal euren Penis in die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Jo, alles, Digger. So, Braustand, äh, haben wir in der letzten Folge gesehen, ist weg. Dank meiner Dummheit, Alter. Eigentlich schäme ich mich dafür, ich sollte eigentlich den Tod jetzt verdient haben, tun machen sein, gah? Ey, ohne Witz, ne? Dein Gesicht wird das komplette Game hier eingebaut sein, äh, eingeblendet sein, Alter. Ich mach mal den, äh... Du hast nichts anderes verdient. Ich glaube, ich habe... Hast du... Ach ja, da ist die Workbench. Alex, wo ist das Gold? Das hab ich, ne? Gib mal bitte, danke. So, eins. Wo ist das Buch? Hier. So, ein Goldapfel für dich, ein für mich. So, ich mach ihn, ja? Aber wehe, du baust ihn ab. Und, ach so, geh weg. Geh weg, da. Ich bin da, zack. Ja, ähm... Wenn du mir das... 20 Lab ist für dich. Ja, hast du noch Eisen? Äh, ne. Warte mal ganz kurz. Ja, es haben wir jetzt... Interessant, die Nachbarn sind blau. Also, wir haben jetzt... Ach, ne, warte, warte, warte. Wer? Niemand. Oh, ne. Was soll ich? Keine Ahnung. Sah komisch aus. Naja, egal. Ähm, ja. Ich freu mich auf jeden Fall, dass wir unseren Braustand verloren haben. Kappa. Das ist richtig geil. Naja, da könnte ich dir sowas von eine Ballern führen, ne? Am liebsten wär ich nach Stuttgart gefahren, hätt die aufs Maul gehauen und wär wieder umgedreht. Ja, das war so richtig null die Aktion, Alter. Ich hab hier jetzt noch ein bisschen Eisen eingeschmolzen. Also, eigentlich müssen wir noch ein bisschen Eisen fahren. So, auf geht's. Verzaubern. Ach ja. Mit dir, Schwerte, oder? Sag mir bitte nicht, du hattest das Lapis Lazuli im Inventar. Lauf. Ja, wir können nicht verzaubern. Ey, wieso denn? Weil wir zum Verzaubern ein Lapis Lazuli brauchen jeweils. Ja, ich hab dir doch 20 gegeben. Ich hab keins. Wann sollst du mir das gegeben haben? Ja, grad vorher. Ich hatte grad noch 39 im Inventar. Ich hab dir 20 davon gegeben. Eben gerade. Ja. Ach da. Alles gut. Ja. Soll ich jetzt Diaschwerter machen, oder? Ja. Weil wir verzaubern nicht und das bringt uns dann, also dann würde ich... Also wir verzaubern schon, aber halt die Diaschwerter. Äh, wir machen keine Dingens. Keine? Äh, wir machen keine Tränke. Weil wir das nicht schaffen. Einmal? Ja, gute Arbeit. Zweimal. Ja, jetzt gib mir. Gib mir. Ich will's verzaubern. Das Diaschwert. Ich will verzaubern. Hier, bitte. Danke. Ähm, Eisen? Ja, hier. Sharpness 2. Nein. Braucht denn, ich brauch... Oh Gott, meine Hose ist auch bald am Arsch. Oh, ich hab nur Sharpness 1 hier drauf. Ist das euer Ernst? Läuft ne? Ach, du musst ja meine Sachen auch verzaubern wahrscheinlich. Das kann man auch nicht zurücksetzen, ne? Wie früher. Fuck. Ja, du musst halt erst was anderes verzaubern. Du kannst ja mal deine Rüstung verzaubern. Ach, ich hab aber trotzdem... Ich hab 0,5 mehr Damage auf den Diaschwert. Okay, warte. So, Projektil Unbreaking. Was soll ich machen? Projektil Projection, ne? Protection, alter Schwede. Oder lieber Unbreaking. Auf? Brust. Hm. Projektil, würd ich sagen, gegen Pfeile. So hab ich jetzt meine Schuhe. Feather Falling Unbreaking und Projektil Projection. Äh, Protection. Ah, Protection, perfekt. Meine halb kaputten Sachen noch zu... Die kannst du ja reparieren, das ist ja kein Problem. Du kannst ja die Sachen, die du hast, immer wieder mit anderen Sachen reparieren. Das dürfte kein Problem sein. So. Ich enchant jetzt mal meine Schuhe auf Protection. Ah, da steht kann man nicht enchanten. Okay. Äh, verzaubern. Ja, doch, ist ja enchanten. Aqua Affinity, Protection 1 oder Respiration. Was ist Respiration? Weiß ich nicht. So, okay, ich bin komplett verzaubert. Unbreaking 1 auf die Hose. Mein... Ähm... Protection bräuchte ich 7 Level, aber das hab ich nicht. Effizienz 1. Ich würd gern auf meine... Mein Bogen. Nicht Power, Digga. Ich will da... Nicht Power, aber Power. So, wir haben 11. Was brauchst du denn noch? Ach, du hast ja alles. Ja. Dann mach ich mir jetzt mal... Oh, noch einen Brustpanzer. Helm kann ich mir aber nicht machen, ne? Ne, da bräuchten wir noch ein bisschen Eisen. Ich hab noch 5, warte, ich mach dir einen Helm. Hast du einen Helm? Ich wollte jetzt die 3 zuwerfen, naja. Unbreaking. Ach, ich hab noch Unbreaking auf die Scheiße, Mann. Wollt der Helm? Okay, gut. Ich würd sagen, wir fahren noch ein bisschen Eisen. Rotation auf den Helm? Ich hab noch 46 Bohnenmehl und ein paar Seeds. Also, die könnten wir theoretisch noch verwenden, ne? Ja. Ich muss noch Brust und Hose verzaubern. Guck mal, was du auf meine Brust bekommst. Und auch meine Hose. Protection. Und... Oh, zweimal Protection. Hier, warte. Bitteschön. Du hast eine Schaufel, ne? Kannst du Gravel fahren? Wollen wir ein Feld machen? Ich hab noch ein bisschen... Ich hab noch 10 Dirt, das reicht eigentlich. Bauen wir mal hier rein. Gib mir mal die 3 Eisen, bitte. Hast du noch nicht gemacht. Ich bin hier unten reingegangen. Danke. Bitte. Unbreaking, Effizienz 2. Perfekt. Wir brauchen noch mehr Lapis, wegen Verzaubern. 71. Ja, ich hab noch ein bisschen Lapis. Okay, perfekt. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab noch 17. Ja, okay. Das ist ja ordentlich noch. Nee, alles gut. Ich brauch nicht mehr. Liegen unten bei dir. Brauch die noch Kalle. Von daher... Bau ab, was du brauchst du. Ja, ja, klar. Jeden. Du hässlich, ey. Oh, du hässliche. Weiß Ding, Alter. So. Warte, ich mach uns noch ein bisschen... Wollen wir noch Weizen abbauen, oder nicht? Sonst würde ich uns Karotten machen. Ja, gut. Wir brauchen ja eh essen, ne? Ja, ich würde jetzt... Ich hab jetzt Weizen gemacht. Ja, willst du schon Brot daraus machen? Nein. Man weiß nie, wann man die Dias nochmal braucht. Ich hab hier noch ein bisschen Gravel für dich. Ja, perfekt. Aber nicht Gravel, ne? Nur die... Das Flint, ja, ja. Guck mal, was rauskommt. Ah, da kommt was raus. Ja, ich hab vorhin relativ viel gekriegt. Äh, letztens. Entschuldigung. Ich habe fünf Flint. Ja, perfekt. Das sind ja ein paar Pfeile erstmal. So, ich hab erstmal alles angebaut, was geht. Hey, Leute! Was geht? Potatoes am Start und so. Und... Wir brauchen schon wieder. Keine Ahnung. Ich dachte, das würde für Aufregung sorgen. Glaub eher nicht. Ne? Schade. Weiß, man könnte auch eine Fackel drunter stellen, aber das ist... Lol. Ich hab ein... Ähm... Ich hab ein... Warte kurz, warte kurz. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Ja, einfach immer weiter nach unten. Alex, ich bin dafür. Das ist unsere Kriegsbemalung. Aber ich glaube, die gibt keinen Schutz. Ne? Schade. Ne, das ist schon klar, aber... Ich finde, das sieht cool aus. Hast du... Wie viel Gravel hast du? Sonst würde ich hier jetzt schon mal ein paar Teile machen. Mensch, Flint 11 verwischt. Ja, Flint, geh mal her. Dann schmeiß mal nach hinten. Danke, dann kann ich jetzt schon mal... Also das Gute ist, dass keiner ist auf dem Server. Das heißt, wir können uns jetzt einmal noch richtig ausrüsten und dann geht's einfach in den Kampf. Da haben wir keinen Bock mehr drauf, Alter. Da wird alles geeffekt, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Lass doch nochmal in Neta gehen, Digga. Ich geh nicht nochmal in Neta und lass mir von dir alles kaputt machen. Nicht nochmal, mein Freund. Komm schon, wir brauchen Tränke, Digga. So, ich habe insgesamt 46 Pfeile gerade. Mr. Tweeter, he is live on Twitch. Wer ihn nicht kennt, das ist ein Counter-Strike-Streamer. Noch Essen machen, Seeds können auch nochmal... Huch, Seeds können weg. So, ich brauche Kohle da drin. Ich habe noch einen Apfel übrigens und drei Gold. So, hier kommt das Essen hin, hier kommt die Pfad. So, falls irgendwer von euch interessiert ist an meinem Gaming-Equipment, ich kann euch das gerne mal in der Beschreibung verlinken. Amazon Reflings, versteht sich? Das ist bloß jetzt für Werbung oder was. Nö, aber einfach nochmal so fragen, falls jemand wissen möchte. Wieso, weshalb, warum ich so cool bin. So, soll ich das Feld mal groß machen, richtig schön groß, damit wir das nochmal probieren oder... Dass wir nochmal Dias bekommen oder was? Ja, einfach damit wir, das lassen wir jetzt, ich würde sagen, das lassen wir dann einfach so durchlaufen. Meine Spitzhack ist kaputt, ich benutze jetzt einfach mal die Dias. Ich hätte mal noch gucken können, ob wir die auch noch verzaubern. Ja, kannst du doch jetzt noch machen. Wie weit bist du unten, weil sonst, dann komme ich nämlich gleich mal mit, wenn du irgendwie auf 20 bist oder so. Nö, ich bin auf 58 eigentlich. Na okay, dann hast du ja noch ein bisschen vor dir. Warum soll ich eigentlich auf 20 runter? Weil da so eine gute Höhle ist, Höhe Lapis und so, äh, Höhe, nicht Höhe, Höhle. Ja, ja, gut dann. Hast du eine Schaufel? Du hast doch die Schaufel mit Verzauberung, ne? Sonst würde ich mir die mal ganz kurz ausleihen und oben direkt farben. Genau, ich place ihn. Ja, ich hab die Schaufel. Okay, komm mal rum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, die kommt da hin. Perfekt. Ach ja. So. Geh mal her bitte. Ja, du Eumel, danke schön. Danke. Du hast so richtig wie der Behinderte letzte Mongo gewonnen. Übel, ne? Richtig affig, Digga. Außer Schwede. Das Ding ist, wir sind halt direkt neben einer anderen Base, ne? Warum? Naja, weil hier überall Fackeln sind. Hier ist locker irgendwer und jetzt ist eine Basis aufgeschlagen. Gut, aber wir haben ja auch schon teilweise ausgelöpft und keine Basis aufgenommen. Fackeln, placeen, miesen, allein. Ich habe jetzt 26 Dreck, ne? Sehr geil. Oh mein Gott, danke schön, sag ich schon mal im Vorauss. Habe ich kurz erschrocken, Alter. So, deine Schaufel ist im Arsch. Was ist jetzt schon? Ja, ich habe einfach mal wild durch die Gegend gebaut ab. So schnell im Arsch geht es, habe ich gar nicht so in Erinnerung. Hast du noch Kohle? Wenn ja, bring die mal, das nächste Mal bitte mit. Extrem viel Kohle, so. Dann kannst du die mitbringen. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ich würde gerne mal wissen, ob ihr euch alle auf Weihnachten freut, hier so in den Kommentaren. Das könnt ihr auch gerne mal kommentieren, meine Freunde. Freut ihr euch auf Weihnachten? Wenn ja, was wünscht ihr euch? Ich habe so viele Kommentare bekommen. Ja, ich bekomme gar keine Kommentare, deswegen will ich die Leute ja ein bisschen motivieren. Wie sieht Weihnachten bei euch aus? Ich kann euch erzählen, dass Quantum uns zum Kampf herausgefordert hat. Ja, Kampf hat Quantum gefragt und Quantum hat gesagt, nee, das will ich nicht, ich bin eine kleine Muschi. Nein, Quantum hat uns gefragt, ob wir gut haben. Lalalala. Ja, er hat gefragt, ob wir kämpfen und das wird jetzt wahrscheinlich demnächst passieren. Ich habe ihm gesagt, wir brauchen noch eine Folge, um soweit fertig zu sein. Ja, ich bin echt gespannt, wie gut er ausgerüstet ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir haben ja wie gesagt noch gar keine Referenzmodelle gehabt bis jetzt, wie gut die anderen, also das Einzige, was wir halt wussten, war, dass die anderen verdingenst waren, hier verzaubert. Mehr wusste ich halt auch nicht, ne? Und wie gesagt, hat irgendwer von euch rausgefunden, wie das aussah, wie das aussieht mit den anderen, wie gut die, ja, wer unsere Mace gefunden hat? Würde mich immer mal interessieren. Ja, bitte auch nochmal in die Kommentare hauen, dankeschön. Ihr sollt halt, kommentiert einfach bitte alles, was ihr habt. Also nicht alles, weil Spoiler ist scheiße. Nein, aber nicht alles, aber ihr sollten uns schon die Info geben, damit wir uns das Video mal speichern können. Ach, hier ist uns, ich habe ein Zombie gefunden, das ist wunderisch schön. Ich habe keine Ahnung, wie ich eigentlich versuche. Naja, das Wichtigste ist halt, dass du nach unten baust, ne? Ja, bin ich dabei. Das Feld dürfte auch jeden Moment. Och man, jetzt ist auch noch die scheiß Hau kaputt gegangen. Alles läuft, Gigi. Meine Leute, alles läuft schief. Kann ich sein, oh, Eisen. Alter Schwede. Ach, Kim geht jetzt los, super. Passt doch, oder? Naja, wir wollen zwei Folgen aufnehmen, ne? Und ich muss noch das ganze Essen vorbereiten, ne? Wie haben wir eigentlich noch? Ähm, wir sind bei 101 Minuten. Aber wenn wir gesagt haben, wir brauchen eh nur noch eine Folge, dann... Ich müsste das... Vielleicht immer 118 jetzt. Ja, ja, unsere Folge dürfte auch jeden Moment vorbei sein vielleicht. Also, 4, 3, 4 Minuten noch. So, die Basis ist schon mal ein bisschen mehr... Also, das Feld ist auf jeden Fall enorm groß jetzt. Größer als beim Arten. Du kannst es dir gerne mal angucken. Eisen, ich find ganz viel Eisen. Ja, ich hab auch noch 16 Level zum Verzaubern. Bin wieder bei 5. Ja, das ist optimal. Aber dass du halt letztes Mal diesen scheiß Pigman getroffen hast, ne? Das ist so traurig. Und das Ding ist, es war die ganze Zeit gechillt. 1, 2, alles gut. Yolonese, Bolognese, ne? Nix los. Und auf einmal kamen da 200 fucking Monster. Und wir konnten einfach nichts dagegen tun, ey. Ja, war schon hart, ey. Das war so hart. Ich war kurz hart am Strugglen, Alter. Das war so der härteste Struggle, den wir je in unserem Leben gehabt haben, Alter. So, also das Feld ist auf jeden Fall... Das kannst du dir gerne mal... Ja, guckst dir einfach an, überzeugt dich selbst davon. Ja. Deswegen sortier ich auch regelmäßig aus, mein Freund. Hast du noch Gravel gefunden? Wenn ja, hast du noch was übrig? Nee. Also hier, ne? Also hier, ne? Also hier, einen Flint hab ich noch. Ja, perfekt. Besser als Gornix, mein Freund. Besser als Gornix. Gerne, gerne. So, ich komm mal runter zu der. Ja, ja, ja. Wenn wir jetzt so eine andere Basis so völlig durch Zufall finden würden. Das wär so sick, ne? Dass du dich auch einfach nicht ganz... Einfach mal normal nach unten bauen kannst, ne? Ist das so schwer? Oder schafft man das nicht? Ja, das geht nicht. Digga, wie du dich nach unten gebaut hast, Alter. Da krieg ich ja... Da krieg ich Kopfschmerzen, ey. Alter Schwede. Ich muss mal sagen, das ist jetzt hier nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Mein Freund. Ja, Alter, das ist richtig geil, Mann. Ja, klar, du bist schon fast auf Null. Alter, du bist ja ganz unten. Ja, ganz unten ist doof. Oh, das hab ich gar nicht gemerkt. Ich hab ja nicht umsonst gesagt, elf, ne? So elf bis zwanzig. Ich hör auf jeden Fall Laber, mein Freund. Und hier finden wir bestimmt auch nochmal... Also Eisen finden wir hier unten wahrscheinlich eher weniger. Redstone ist hier auf jeden Fall. Bitte nicht hinter mir bauen, weil hier ist irgendwo ein Lavasee. Und ich glaube, den finde ich gleich. Nein, ich bin in die andere Richtung gegangen. Gold! Hm, nice. Hab ich ja auch noch gefunden vorhin. Hab ich ja gesagt. Ja, perfekt. Weil ein Apfel haben wir noch, mein Freund. Ein Apfel haben wir noch. Wie viel Lapis hast du gefunden? Gar nichts? Ne, Lapis hab ich nicht gefunden. Leider. Ach, schon. Okay, ich hab noch Kohle hier. Eisen. Aber eigentlich sind wir jetzt ganz gut dabei. Äh, Dreck? Warum ist hier Dreck? I don't know. Das ist immer so komisch, wenn man unterirdisch irgendwo Dreck findet, ne? Also hier ist nichts Großartiges mehr. Meine Spitzhacke geht auch leider gleich in den Arsch. Ich hab jetzt noch vier Gold gefunden. Alter Schwede. Ich mach mal ein bisschen Stripmine mit dir, ne? Aber eigentlich dürfen wir hier unten nichts Großartiges finden. Wollen wir mal wieder nach oben uns fertig ausrüsten, bevor die Folge vorbei ist? Weil das sind nur noch, ach ja, ja, jetzt Sekunden. Echt? Mhm. Ja, sehr gut, dann gehen wir nach oben. Oh, ja. Klar, kein Problem. Ja, okay, wir gehen nicht nach oben. Ähm, ich verabschiede mich schon mal für die Folge jetzt. Achso. Ja, gut. Haut rein, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei, besonders mal bei Alex. Schreibt mal so ein Hashtag Potato bei Alex in die Kommentare. Danke, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Bis zum nächsten Mal.